Moin Leute, ich bin der Demi und hier sind die auf dem Kanal von Demiplayer23. Ich dachte mir, ich kletter mal eine Runde. Ich bin hier gerade relativ hoch, hab mal hier so einen schönen Baum entdeckt, worauf es ist zwar relativ nah am Wegrand, aber es macht mir nix aus, hier ist relativ unzivilisiert. Und das ist die V.A. von Jens. Doch schon ziemlich hoch, ich schätze mal so 4-5 Meter müssten es sein. Und das ist die V.A. von Jens. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.